Musik Ja, die haben bald die ersten 1000 Steine verbraucht und die sind noch immer vier Schichten entfernt. Also mit der Schicht lassen sie sich gerade irre viel Zeit, ey. Musik 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 Ich finde es auch interessant wie sie füllen teilweise. Lassen wir sie füllen, dass das hier vorangeht. Musik Musik Vorbei machen wir es sicher. Musik 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 Ich bin lustig zu sehen, wer die hier schneller wären mit dem Stück als die mit dem Stück. Musik 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 Bei Musik 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 Okay. So, jetzt ist schon mal der obere Teil der Treppe weg. Ah, guckt euch den an, der hat auch hier wieder einen Graben gezogen. Ah, guckt euch den an. Ah, guckt euch den an. Gut, hier sind es noch zwei Schichten. Hier haben sie gerade mal die erste weg. Und das ist noch ein bisschen dauernd. 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 Link. 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 Ja, noch zwei Ebenen hier. Na gut, die haben noch ein paar mehr. Aber sie kommen runter langsam. Ja, noch zwei Ebenen hier. Ja, noch zwei Ebenen hier. Ja, noch zwei Ebenen hier. Ah, wo willst du denn hin? Ja, keine Ahnung was du vorhast. Ja, noch zwei Ebenen hier. Er hat tatsächlich die Steine, die er mit sich vom Druck abgeliefert. Ja, noch zwei Ebenen hier. Okay, da die auch schon fast fertig sind. Dann werden wir den nächsten VW. Hier. Schicken wir alle da an die Arbeit. Gut. Den da können wir wegmachen. Hier. Dann können wir das entfernen. Ja. 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 So, die fangen schon mal an wieder aufzufüllen. Sobald ihr halt unten seid, werde ich euch zum Flatten schicken. Ja, das ist so der Plan. Hey, wir sind jetzt hier auch schon mal durch. Es muss nur noch die Treppe hier weg. Aber das ist ja auch kein Problem. Okay. Ja, wir müssen jetzt nur noch von da hinten nach vorne arbeiten und gleichzeitig hier entlangfletten. Bis nach hier hinten. Und dann geht es nur noch so rum. Feld für Feld. Feld für Feld. und schön wie sie den weg weil der ihnen kürzer vorkommt so dann machen wir die treppe auch mal ein bisschen weg das kann er nämlich machen so gut, jetzt nehmen sie wieder den direkten Weg sie laufen nicht hier hin und Okay. Okay. Ich weiß nicht, sie gehen da die ganze Treppe hoch und dann merken sie, dass es nicht weitergeht. Die auch? Nein, die nicht. Interessant. Aber die kommen von hier hinten und wollen da hoch. Ernsthaft. Okay. Komm mal in Ordnung. Oh. So. 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 So.